Hallo liebe Leute, ich bin hier der Super Minecraft Over Tutorial Superogron Fan 5.387.000 und heute zeige ich euch in einem Tutorial, wie man eine Fackel baut. Äh, also, äh, äh, zuerst, ähm, müssen wir Holz suchen, äh, okay, dann suchen wir mal Holz. Äh, ja, also, es kann jetzt eine Weile dauern. So, äh, ich hab hier immer noch kein Holz gefunden, aber, äh, 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 ja, naja, wie soll ich sagen, Okay, benutzen wir mal erstmal zu meinen Items. Äh, das brauch ich hier nämlich, wir brauchen nämlich viermal Holz, äh, nein, nicht so viel, äh, äh, nur viermal. Nee, wir brauchen fünfmal. Ich kann euch auch zeigen, wie ein Baum aussieht. Ein Baum sieht ungefähr so aus, äh, wo ist das hier, wo ist das, äh, 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 da ist das, glaube ich. Hier, so sieht ein Baum mal aus. Ja. So, das müssen wir jetzt zwölfmal hier abbauen. Am schnellsten geht das mit der Diamantenspitzhacke. Äh, 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 ah, da war die doch. Da ist die. So, das ist die Spitzhacke. Oh, na, heißt, äh, äh, äh. Äh. So, ich hab die jetzt abgebaut, diese fünf, und jetzt suchen wir erstmal eine Höhle. Äh, 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 äh. Äh. Wisst ihr, wo eine Höhle ist? Nö, ich finde keine Höhle. Ah, das ist scheiße. Äh. Höhle, wisst ihr, wo eine Höhle ist? Okay, ich hab ne andere Idee, äh, 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 wir graben uns jetzt einmal runter, äh. Äh, äh, dieser Stein, der dauert voll lang, um den abzubauen. Äh, 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 okay, das, äh, klappt irgendwie nicht. Oh, ich bin wieder hoch. Oh, ja, Spitzhacke. Okay, äh, ich hab ne Idee, ich baue jetzt eine Höhle. Äh, 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 ja. Zuerst brauchen wir dafür Steine. Äh. Äh, ich glaub, die ist nicht gut. So. Okay, jetzt hab ich hier eine Höhle gebaut. So sieht die ungefähr aus. Und, äh, das ist ganz wichtig. Ihr müsst eine Fackel haben, um abzubauen. In Höhlen. So, dann nehmt ihr hier die Spitzhacke. Und, äh, und, ähm, war das hier kaputt? Oh, ach ja, ich hab vergessen. Äh, das geht nur mit einer, ähm, Holzspitzhacke. Also, ihr könnt nur mit einer Holzspitzhacke, ähm, Kohle abbauen. Äh, wo war die da? Also, äh, ähm... Okay, nach meinem ungefähr zehnten Versuch hab ich jetzt die Holzspitzhacke gefunden. So, jetzt habt ihr einen Kohle. So, jetzt ist wichtig. Ihr müsst euch eine Werkbank bauen. Äh, dafür macht ihr einmal hier, hier, hier und hier. Da, äh, wieso kommt da keine? Da soll doch eine kommen. Okay, dann nicht. Dann, äh, suche ich die mir hier wieder aus. Zu many items raus. Äh, da war die doch irgendwo, oder? Äh, nein. Oh doch, hier. Crafting Table. So, ähm, dann nehmen wir die mal hier und tun die mal da hin. Da zeige ich im nächsten Video genau, wie man die macht. So, dann müsst ihr einmal Rechtsklick drauf machen. Das, das zeige ich auch in meinem anderen Video. Und da müsst ihr jetzt hier, ähm, einmal da, einmal da und, äh, Kohle da. Oh ja, wieso geht das nicht? Äh. Ach so, ich hab ja auch vergessen. Man muss die Kohle, äh, man muss das hier auch erstmal zu den Bodenplanks machen. Ähm, äh, wie macht man das dann? Ah ja, da muss man das hier machen und das hier. Wichtig ist, dass es, dass es dann so ist. Nein, warte mal, ich glaub, das war so. Äh, nein. Wie war das? Ah. So, ich hab jetzt endlich herausgefunden, wie das geht, nachdem ich im, äh, Minecraft-Tutorial wieder geguckt hab. Also, man macht hier eins und da eins. Dann macht man da eins. Ah. Oh. Ah. Da, da ist die Fackel. Seht ihr die Tork? So, dann nehmen wir die Tork und, äh, tun die hier hin. Wobei, ne, Gronkh macht das immer da hin. Dann nehmen wir das jetzt und dann haben wir eine Fackel gebaut. Oh, eine Tork, wie man das so im, äh, äh, in welcher Sprache ist das? Ähm. Ähm, ich glaub, das ist, ähm, das war doch, ähm, äh, amerikanisch. Äh, ja, in amerikanisch heißt das Tork. Äh, kann mich auch, äh, kann auch eigentlich polnisch sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und, äh, weil das jetzt mein erstes Video war, ähm, sollt ihr mich jetzt abonnieren und, äh, sagt euren Freunden, ähm, dass es mich geht, dass ihr mich auch abonnieren sollt. Ihr sollt auch alle favorisieren und, ähm, liken das Video, also auf den Gefällt mir, ähm, Dingens klicken. Und ihr sollt jetzt auf, ähm, 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 äh, guck mal, wie schon die Fackel leuchtet. He, 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 und, äh, ihr sollt das noch auf Facebook posten und auf Twitter und, ähm, sonst noch, wo man das machen kann. Äh, ähm, äh, was wollte ich nochmal sagen, äh, ähm, ähm, äh, ja, also macht das dann und, ähm, ja, sagt euren Freunden, dass sie das gleich machen sollen. Und wenn ihr keine Freunde habt, äh, aber auch wenn ihr Freunde habt, dann macht euch noch ein paar YouTube-Accounts und, äh, macht das dann nochmal. Okay, dann, ähm, äh. Äh, das war mein erstes Tutorial, mein erstes Video, abonnieren und so, ne, nicht vergessen. Und, äh, dann sage ich mal, äh, 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 ja, also, äh, die Sonne ist schön, ja, äh. Und ich muss auch sagen, Minecraft ist voll das alte Spiel, ich meine, guck mal auf die Grafik, wie scheiße die ist. Das ist ja noch alles Pixel-Grafik, hier mit Blöcken und so. Naja, also, äh, äh, ähm, tschüss, ich spiel nie wieder dieses scheiß Spiel, ja, äh, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.